Ich wohne hier in Remshalden, nicht weit von hier, und ich war noch am Fernsehen. Tschüss, tschüss. Und dann hörte ich plötzlich diesen lauten Knall. Boom. Den ersten habe ich nicht mal wahrgenommen. Dann habe ich gedacht, okay, schau weiter. Meine Frau hat mich dann gefragt, hast du das auch gehört? Ich habe gesagt, ja, ich habe es gehört. Und während wir reden, hat es nochmal geknallt. Boom. Aber richtig laut, so wie in einem Film, in einer Granate. Boom. Ich habe gedacht, das gibt es doch nicht. Etwas stimmt nicht. Dann bin ich rausgegangen und dann sehe ich den Rauch da, den Riesenrauch. Boah. Und ich wusste, hier ist ein Industriegebiet. Da habe ich gedacht, bestimmt brennt eine Firma oder irgendeine Mülldeponie. Ich wusste ja nicht, was hier ist, was für Industrie. Dann kam ich immer näher und näher und dann hat es nochmal geknallt. Viermal hat es geknallt. Dann sind alle die Feuerwehr gekommen, die Polizei natürlich hat alles abgesperrt. Jetzt versuchen die es zu löschen. Aber das hat mir schon ein bisschen Panik gemacht. Also ich hoffe, es ist nichts, was Schlimmes. Wir befinden uns hier in Remshallen im Ortsteil Geradstetten. Hier wurde die Feuerwehr gegen 22.50 Uhr mit dem Stichwort Wohnungs- und Gebäudebrand alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte hat sich ein massives Flammenbild gezeigt. Ein Anbau an die Lagerhalle stand im Vollbrand. Es wurde daraufhin vom Einsatzlader umgehend weitere Kräfte nachalarmiert und natürlich umfassende Löschmaßnahmen vorbereitet bzw. dann auch durchgeführt. Das Löschwasser wurde initial aus dem Hydrantennetz, sprich aus dem Wassernetz entnommen. Im weiteren Einsatzverlauf wurde es dann aufgrund des enormen Brandgeschehens und damit auch der enormen Wassermenge, die benötigt wurde, zusätzlich Wasser aus der Rems herbeigeführt. Ergänzend hat man zwei sogenannte Wechselladerfahrzeuge mit Tankaufbau aus Weinstadt und Weiblingen an die Einsatzstelle beordert, um einen gewissen Wasserpuffer noch vorhalten zu können. Es wurden zwei Drehrladern an der Einsatzstelle eingesetzt, um die Brandbekämpfung von oben zu ermöglichen. Die zweite Drehrlader kam im Rahmen der Anforderung eines zweiten Löschzuges an die Einsatzstelle. Im anfänglichen Einsatzverlauf sind mehrere Gasflaschen, die an dem Anbau gelagert wurden, explodiert, was für uns zur Folge hatte, dass wir uns erstmal zurückziehen mussten und die Löschmaßnahmen entsprechend aus der Deckung vornehmen mussten. Die Gefahr bei Zagnal von Druckgasbehältern sind natürlich umherfliegende Splitter, vor denen sich die Einsatzkräfte entsprechend schützen müssen. Die einzig wirksame Schutzmöglichkeit ist hier das Löschen aus der Deckung, sprich sich hinter massiven Teilen zu verstecken und weiterhin den Brand aus der Deckung zu bekämpfen. Für die Feuerwehr gab es außer den Explosionen und der stark benötigten Wassermenge keine weiteren Schwierigkeiten an der Einsatzstelle. Gebrannt hat der Anbau an die Halle. Es begann auch schon ein Übergreifen des Feuers auf die Halle, was durch die ersten Einsatzkräfte aber erfolgreich verhindert werden konnte. Man sieht hinter mir, es sind mehrere Gebäude relativ dicht angebaut, hat sich auch dadurch gezeigt, dass vom Nachbargebäude die automatische Brandmeldeanlage aufgrund der Rauchentwicklung ausgelöst hat. Die wurden vorsorglich kontrolliert, um Gefahren durch Rauchausbreitung bzw. auch Hitzestrahlung ausschließen zu können. Also es gab eine starke Rauchentwicklung, die aufgrund der Brandthermik nach oben abgezogen ist. Dementsprechend hat man die Bevölkerung über Rundfunkdurchsagen gewarnt, eine Gefahr bestand aber durch besagte Thermik nicht. Es gab einen leichten Raucheintrag auf die Bundesstraße, der war jetzt aber nicht so stark, dass der Verkehr stark beeinträchtigt wurde. Die Feuerwehr ist mit rund 120 bis 130 Einsatzkräften und 20 Fahrzeugen vor Ort. Zusätzlich dann noch der Rettungsdienst mit rund 20 Einsatzkräften, 5 Fahrzeugen sowie die Polizei. Und aktuell wird es noch das THW mit einem Bagger nachgefordert, um entsprechende Nachlöschmaßnahmen zu ermöglichen. Vor Ort eingesetzt waren es die Feuerwehren aus Remshalden, Schorndorf, Weinstadt sowie Weiblingen. Und ergänzend noch die Feuerwehr Fellbach mit dem Gerätewagen Atemschutz. Für uns geht es in erster Linie mit Nachlöscharbeiten weiter, das heißt die Brandstelle wird geräumt, es wird Brandgut auseinandergezogen, um an Glutnester heranzukommen. Zusätzlich erfolgt weiterhin die Kontrolle, ob das Feuer noch irgendwo in Dämmungen oder sonst wohin gewandert ist, um das auch ausschließen zu können und somit eine Rückzündung ausschließen zu können. Also ich war daheim, ich wollte eigentlich im Moment gerade ins Bett gehen. Ich kriege aber regelmäßig die Alarmmeldungen von der Leitstelle bei mir aufs Handy. Und dann guckt man ja aufs Handy drauf und dann habe ich erkannt, dass es hier ein Feuer gibt. Oberer Wasen war das Stichwort. Oberer Wasen ist bei uns ein Gewerbegebiet hier am Ende von Geradstetten. Und deshalb habe ich mich sofort aufgemacht, ins Auto gesetzt und hierher gefahren. Das war auf der B29 kurz verraucht. Ich habe mich dann aber nochmal mit dem Feuerwehraus in Verbindung gesetzt, also dort mit der Leitstelle, und habe mich informiert, dass ich auf dem Anweg bin. Und dann hat der Herr Blickle, der dort vor Ort die Leitstelle im Moment besetzt, hat die Meldung hier an die Einsatzleitung abgegeben. Ich bin jetzt noch nicht hinter gewesen. Das ist mit meiner Montur nicht so ideal. Ich bin nicht so ausgerüstet, wie das die Feuerwehr ist. Aber wir hatten gerade Einsatzbesprechungen gemeinsam mit der Feuerwehr, mit allen Zügen, mit allen Angriffstrupps. Und man kann eigentlich sagen, dass die Feuerwehr das sehr gut in den Griff bekommen hat. Es waren Explosionen hier, wahrscheinlich Kraftstoffbehälter oder auch möglicherweise Propangasbehälter, die explodiert sind. Glücklicherweise nichts passiert. Keine Personenschäden, die jetzt in dem Zusammenhang entstanden sind. Also da bin ich sehr, sehr dankbar. Die Feuerwehr hat sehr besonnen und sorgfältig darauf geachtet und den Einsatz strukturiert. Das war auch gerade die Rückmeldung vom stellvertretenden Kreisbrandmeister, der ja ebenfalls hier in Brandt abgekommen ist. Das ist nicht notwendig. Die Häuser sind alle wieder bewohnbar. Die waren zwar etwas leicht verraucht, aber die Gebäude sind alle wieder bewohnbar. Und auch die Abschottung gegenüber den anderen Firmen, das hier notwendig war, weil hier einfach der Brandabstand, die fünf Meter, zwischen den Gebäuden liegt. Das hat hervorragend funktioniert. Und es konnten an der weiteren Stelle keine Schäden entdeckt werden. Also das war eine tolle Einsatzleistung unserer Wehr, die gemeinsam unterstützt wurde von der Weinstädter Wehr, mit der Drehleiter und mit dem Fahrzeug und auch von der Schandaufer Wehr. Nochmal eine Drehleiter mit vor Ort, die vor allem von oben dann sehr intensiv löschen können. Auch die Löschwasserversorgung hat hervorragend funktioniert. Zusätzlich eben noch ein Rohr von der Rems, um hier die Löschwasserversorgung sicherzustellen. Also auch das hat hervorragend funktioniert. Da bin ich jetzt sehr froh. Jetzt geht es um die Nacharbeiten nochmal genau zu betrachten, wie es draußen vor Ort aussieht. Am Brandherd hinter der Halle. Das ist natürlich das etwas Schwierige gewesen, dass der Brandort hinter der Halle war. Und man guckt da nochmal ganz genau, möglicherweise auch mit entsprechenden Spezialisten von der Polizei, um ermitteln zu können, wo der Brand überhaupt entstanden ist.